Ich begrüße euch zurück, hier bei Dark Souls 2. Wir reisen mal direkt nach oben Richtung Foyer. Ja, wir werden ihn gleich nochmal probieren, den guten Rauchritter, keine Sorge, aber gönnt mir eine kleine Verstaufpause. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Gang übersehen, ich bin mir nicht sicher. Aber wir schauen mal. Uns fehlt ja noch immer ein ganzer Wegpunkt hier in dieser Erweiterung. Und ich glaube jetzt zu wissen, wo wir hin müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier waren wir, oder? Ja. Aber hier soll doch, hier müsste eigentlich... Ach, da sieht mal jemand an. Hier ist ein Aufzug. Ja, tut mir leid, Leute, das wusste ich nicht. Jetzt habe ich es aber gefunden. Dann rüsten wir mal eben das Schild aus. Und sehen das Ganze hier mal als kleine Verschnaufpause, bevor wir wieder auf unseren Rauchritter treffen. Ich habe wirklich viel überlegt, hin und her, her und hin, und wir werden es dann tatsächlich komplett ohne Schild machen. Wahrscheinlich sogar machen müssen, denn das scheint wirklich die einzige Möglichkeit zu sein, den zu besiegen. Eisenkorridor und der letzte Wegpunkt. Eisenkorridor, Eingang zum eisernen Korridor. Okay, wieder diese seltsamen Grabsteine. Einen Hebel. Okay, wir ziehen am Hebel. Achso. Okay. Okay. ja ich glaube hier in diesen schmalen gang zu gehen war ziemlich die blöde entscheidung ich hätte treffen können okay wir legen den hebel um und dann kommen einfach sechs oder 16 oder 30 soldaten auf uns zu das ist natürlich eine super voraussetzung ich sollte mal links lang gehen also wir dadurch kommen sollen die machen doch noch richtig schaden die guten ritter ja mal hier rum was war es gerade für ein seltsamer blitz achso also alles klar noch einer ja ihr seid ja lustig das ist ein anderer magier aber auch wieder ein magier aber okay das ist nicht das große problem so meine güte dieser magier so okay das weiß ich das große problem den gegenstand da oben hätte ich gerne da kommen wir aus aber nicht hin oh ich mag es nicht mehr an jeder ecke blöde fernkämpfer da kommen da kommen ja 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 oder ja Und keine Ausdauer. Achso. Ja, natürlich. Achso. Achso. Ein Spelzer-Dämon. Autsch. 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 Äh. Boah. Der ist ja noch übeler als der Rauchritter. Was ist das denn? Der ist ja noch übeler als der Rauchritter. Also bevor ich mir das jetzt vollkommen versaube mit dem Rauchritter, werden wir da jetzt zuerst hingehen. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier mit der Rüstung was anstellen können. Aber ich glaube fast nein. Dann werden wir den Rauchritter machen. Ich will jetzt hier nicht mit dem Schmelzer anfangen, wenn ich jetzt gerade mit dem Rauchritter relativ gut klar... ...relativ gut klargekommen bin. Das ist auch nicht, wie ich das wahre, wenn ich jetzt hier Stück für Stück immer mehr durcheinander bringe. Das passiert nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Meine Güte. Ich verstehe es nicht. Also wenn man einen Begleiter dabei hat, ist er stärker. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es gelesen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die greifen mich jetzt an, oder? Das ist sehr nett von euch. Ich dachte, ich würden die jetzt nicht mehr auf unserer Seite wissen, aber das ist gut. Hey, ein Gegenstand. Drachen-Ambulett. Na, danke. Mann, 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 dieser Rauchritter. Der geht mir nicht aus dem Kopf. Mann, Mann, Mann. Ihr habt es gesehen, oder? Was wiederum spinnt hier. Dieses Projekt, gezeichnet von dem streikenden Conch. Wow, ola. Nein, ist mir die Batterien rausgefallen. Komm schon. Oh, wei, oh, wei. Meine Güte. Darf ja nicht wahr sein. Da lief jetzt gerade alles schief. Oh, Mann. Die Aufnahmen ist mal wieder nicht gemein. Ihr merkt es selber. Oh, wei, oh, wei. Menschlichkeit kommt zu mir herbei. So, und man soll angeblich zwei Phantome beschwören können. Zwei. Zwei. Eins. Wo ist denn Nummer zwei? Zwei. 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 Eins ist jetzt auch nicht schlecht, aber... Kann das sein, dass das Ganze bei, ähm, Skull of the First Sin durch die Erweiterung ein wenig verschwert wurde? Hm, merkwürdig. Na gut. Als würde das funktionieren, aber wir probieren's. Dann kannst du sie nicht. Dann ist das Klab ant formed. Gut, glatst nicht los. Das war's. 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 Ich wollte gerade schon sagen, du darfst auch gerne andere Angriffe machen. Manometer. Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. so wir holen uns die seelen und dann weg hier ja ich habe vor im nächsten video etwas damit etwas zeit zu verbringen menschlichkeit zu sammeln sprich menschenbilder zusammen so irgendwann reicht aber menschenbilder zu sammeln ja wo das werdet ihr gleich sehen vielleicht bin ich auch bis zu dieser stelle einfach zu gut durchgekommen dass wir vom level her eigentlich noch zu schwach sind ich kenne mich ja in dark souls nicht so gut aus das wisst ihr ja erstmal selber spielen ja vielleicht ist es auch einfach weil ich zu früh hier bin gebets turm das müsste richtig sein ja wie gesagt vielleicht ist es auch einfach weil ich zu früh hier bin vielleicht fehlen mir jetzt nicht übertrieben einfach 50 level 50 level mehr in ausdauer mehr in belastung und so weiter und so fort das macht sich sicherlich irgendwo irgendwie bemerkbar das wunderschöne singen so verlieren diese viecher wohl ganz oft menschlichkeit also menschenbilder das wunderschöne singen oder so kann ich bis jetzt nicht bestätigen so ich so ich so ich 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 Als Seelenlieferant sind die ganz nützlich Als Seelenlieferant Als Seelenlieferant Ah, ich weiß nicht, wie wir am besten vorgehen sollen, Leute. Na gut, aber das soll jetzt mal hier nicht das Problem sein. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns so etwas weiter den Eisenkorridor anschauen. Da ist ja vielleicht noch einiges zu holen. Und ansonsten soll es das hier gewesen sein mit Dark Souls 2, zumindest bis zum nächsten Mal. Wenn wir dann, wie gesagt, im Eisenkorridor etwas die Gegend erkunden. Die sehen sehr ekelhaft aus, die Dinger. Na gut, viele Menschenbilder sind hier aber nicht gerade zu holen. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es nochmal auf in Richtung Eisenkorridor. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage, bis dann, Leute. Ich würde sagen, was das erste Mal. Ja, ich würde sagen, wir machen die Nähe. Das ist ja, das ist es nicht so, dass ich das. Ich würde sagen, was ich ausschöp�싱st. Ich würde sagen, wenn du siehst, was ich nicht so schön, wundere. Untertitelung des ZDF, 2020